Tja Leute, haha, zweites Mixstep ist am Start P von Assi, uh, uh, oh yeah Es liegt mal was, ist das was? Kommt da aufwärts zu, es schaut mal wie der Aussie das Ist halt wirklich total unschuh Ich fick die Szene in getrillter Atmosphäre Abgehen wie ein Level 100 Mewtwo, uh Als ob es mich kratzt, was du über mich denkst Du Götze Ohlenkrieger, Götze also zu neuer Gang Ist mir scheißegal, hab's schon überhaupt gelernt Ich bin der Typ, den man P von Assi nennt Alter, endlich in Arbeit, das zweite Mixtape Ich seh nur Angst in deinem Gesicht stehen Denn ich mach heute ein, auch total insane Es muss Spaß, Anglizismen zu verwenden Leg mir Leute hin, wie ich sie gerade brauch Auf diesen MC kann sie bauen und vertrauen Keine Angst versuch'n, ich hab die Laune zu versau'n Mir ist es lieber ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern Hier Es ist 2014 Willkommen auf meinem zweiten Mixtape Wenn ich fest mit der Arbeit Aber davon verspreche ich mir kein Starlight Geil, endlich wieder neuer Track am Start Der Assi kommt jetzt endlich so richtig in Fahrt Geil, du Mongofluchst in deinen Imaginären-Bahn Check neures Knalldrehtöne und du nur deinem Arm Du trottel deine Mühen krass rüber zu kommen Waren wie erwartet völlig umsonnt Wären richtig sprechen unfair So sag mal von vorn, vielleicht wirst du dann von mir Ernst genug Unerträglich ist das, was du Rap nennst Die Werte, die du sprichst, wirklich keine Erkern, das ging nicht anerfreund Sprache Nein, einfach nur Welt, denn die sind schlicht Und ergreif'n nicht existent Das sind keine Skills, Junge, das ist Krieg Gehst du wieder aus, ist so lange auf Crystal Methyl unterwegs Kriegst'n Preis mit einer Platte Alter, was geht Bin ich der Einzige, der diese Welt nicht mehr versteht Es ist 2014 Willkommen auf meinem zweiten Mixtape Wenn ich fertig mit der Arbeit Aber davon verspreche ich mir kein Starlight März 2014 P von Assen B.A. Vielen Dank.